Für mich sind die spät 90er Jahre in Russland vor allem mit einer Sehnsucht nach einer Zeit verbunden, in der ich fast nie war. Es gibt nur vage erste Kindheitserinnerungen, dass das Ganze herum manchmal unverständlich und beängstigend war. Aber um fair zu sein, war es auch sehr warm und glücklich, nur das Glück in der Berührung war anders. Ich verstehe meine ersten Erinnerungen mit meinem Erinnerungen in der Welt, ich verstehe, dass dann alles östere und extremere ist. Wie viele Leute вокруг пытались понять, wo sie sind, wo sie befinden, wo sie befinden, wo sie befinden, wo sie befinden und die Grenzen sind. Nекоторые, in stämlingen zu erfahren, ihre Grenzen umirale. Vielleicht, diese tendenzia, die ich mit denen weiß, war, mit der Menschen, die ich wusste, war, mit der Probleme zu identifizieren, in der neuen Welt. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr sehen kann. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse umso heller und stimmiger waren immer glückliche Momente zu spüren. Ich wollte mich immer in Feiertag und Treffen mit meinen nächsten Höhlen treffen. Im Silvester so lange wie möglich das Feuerwerk bestaunen und an den Feiertagen immer neben meiner Mutter sitzen. Es war wichtig, dass es in der Krümelung gibt, dass es ein krummisch in der Zukunft ist, für den man ihn aufzunehmen kann. Wahrscheinlich, dass ich sehr sicher bin, dass ich alle Details erinnern habe, aus denen die Erinnerungen erinnern sind. Riesige Knuspräge schnifelwegen, zwei dickige, gestrefte Katzen. Die kleine warme Wohnung meiner Großmutter, Berge von Spezialitäten auf dem Tisch zu jedem Feiertag und lieb es mit fünf Jahren meiner Urgroßmutter lehrte Karten zu spielen. Und im Hintergrund liefen endlose Nachrichten auf dem ersten Kanal. Aber niemand öffnet mehr die Tür, denn es funktioniert nicht mehr so. Möken kann du in der Küche werden. Möken kann du in der Küche werden. Entsoped in der Küche werden. céu, wie heißt er? Ja, das ist eben. Den gibt es auch noch. Ich bin ein Mann für den Daumen. Äh, nicht? Er ist auch noch. Ich bin nicht für die Tür zu. Vielen Dank.